Mitten im Leben begegnen uns Geschichten, Themen, Szenen. Wir tauchen ein oder auch nicht. Setzt du dich hin oder sitzt du es aus? Geld Erbe Wut Liebe Sex Echtheit Das alles gehört zum Leben. Das alles betrifft jeden, weil wir alle Menschen sind. Egal wie alt, woher wir kommen, wohin wir gehen. Das betrifft jeden. Alle. Unser Alltag. Dein Alltag. Du bist nicht allein damit. Denn das betrifft wirklich jeden. Lass uns gemeinsam reden über das Leben. Nicht schweigen, begrenzen, verstecken, sondern beleuchten, befreien, entdecken, wie Glaube auf Leben trifft. Wie Gott in unser Leben spricht. Sitz es nicht aus. Setz dich mit uns hin. Let's Talk About, die neue Predigt-Serie. Lass uns reden über das Leben. B Ruben 2 2 4 1 4 5